Ah, ah, ah! Ah! Fünfter Platz. Ich habe die Reihe. Wohlwacht fällt auf. Ein Sextend gegen Martin Kuhmann. Auf geht's. Huff, huff, huff! Auf geht's, auf! Auf geht's, auf! Vielen Dank. 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 Yeah. 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 No. Yeah. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. An alle, die es noch nicht mitbekommen haben, nächste Woche, Samstag, gleiche Uhrzeit, steigt das Heimspiel gegen den FC Bayern München. Und auch der TV-Oberfranken wird zu den Highlights im Gamble-Dom vorbeischauen. Wir freuen uns auf jeden, der wieder in die Halle kommt. Und wir sehen uns auf jeden Fall. 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 Und wir sehen uns auf jeden Fall.